Servus Leute! Ja, sorry wegen meiner Stimme, vielleicht kommt die nicht ganz so gut rüber, weil, naja, Grippe, Bronchitis und die Stimme ist noch nicht wieder ganz die alte. Ja, nichtsdestotrotz, ich muss euch heute etwas über Navisur erzählen. Und zwar erstmal Navisur des Präludium Chara. Das ist Navisur Chara 1. Tja, ihr müsst verstehen, diese Geschichte, die gibt es aus zwei unterschiedlichen Sichten. Einmal die Sicht von Chara und einmal die Sicht von Dariel. Die beiden haben in der Geschichte selber auch natürlich ihre Berührungspunkte und zeitweise spielen die beiden Bücher parallel. Aber ich glaube, da passiert bei Dariel und bei Chara eben in den Büchern, in diesen unterschiedlichen Sichtweisen, so viel, was du im einen bei Chara oder im anderen bei Dariel eben gar nicht mitbekommst aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen. Ich lese euch mal die Kurzbeschreibung von Chara vor, von dem Präludium. Chara Clown wächst behütet und fröhlich am westlichen Stadtrand von Paris auf. Ihre Eltern lieben sie über alles und auch ihr kleiner Bruder vergöttet sie. Doch an ihrem 18. Geburtstag soll sich alles ändern. Ein Überfall im Park, einige wenige Minuten und alles ist vorüber. Sie ist allein. In der Nacht schwört sie sich, alles zu tun, was nötig ist, um ihre Familie zurückzubekommen. Was sie letztendlich bekommt, ist eine neue Familie. Eine, wie sie verrückter nicht sein könnte und doch das Normalste von allem, all dem, was ihr in den kommenden Jahren widerfahren soll. Der erste Band der Reihe Navisur ist das Vorspiel, das Präludium zu einem Fantasy-Abenteuer, das Dariel, Chara und Ginga in eine Parallelwelt unserer eigenen führt, nach Navisur. Erlebe die Geschichte aus Charas Sicht. Tja, ich verrate euch ein bisschen mehr, wie jetzt in dieser Kurzbeschreibung ist. Denn im Prinzip, in der Kurzbeschreibung hier, wird sogar noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit gegriffen, als das Buch eigentlich beginnt. Chara lebt seit einigen Jahren, also ich glaube seit fünf Jahren, ohne ihre Familie. Denn als sie 18 geworden ist und ja, da ist ihre Mutter und ihr Vater ermordet worden und ihr Bruder ist wohl verschwunden oder entführt worden. Und zwar, wie es aussieht, von sowas ähnlichem wie Vampiren. Und dummerweise haben die wohl auch Chara gebissen und irgendwie haben die Chara möglicherweise in einen Vampir verwandelt. Aber das hat scheinbar nicht so ganz geklappt, denn Chara ist nur zu einer Art Halbvampir geworden. Ja, einige Zeit später, ich glaube das waren sogar Jahre, hat sie dann plötzlich jemanden getroffen, nämlich die Gengar, wie sie heißt. Und da hat sie festgestellt, dass die keine ihr bekannte Sprache spricht. Die hat nämlich Navish gesprochen. Und wie Chara auch feststellen musste, ja, ist Gengar ein Vampir. Und zwar ein vollständiger, also vollwertiger. Und so haben sie sich dann miteinander angefreundet und Gengar ist auch bei ihr dann in der Villa eingezogen. Und ja, Chara hat ihr Französisch beigebracht. Tja, und ja, im Prinzip startet da das Abenteuer, dieses Vorspiel, sagen wir mal so. Denn die beiden brauchen ja Blut und naja, auch wenn die Chara so eine Art Tee noch benutzt, um nicht so viel Blut zu brauchen. Denn sie hat bei sich interessanterweise zu Hause einen Tee gefunden. Ja, denn diese Teemischung, wenn sie trinkt, dann braucht sie überraschenderweise nicht so viel Blut oder nur ganz selten, wenn überhaupt. Ja, es liegt ein großes Geheimnis auf dem Ganzen. Und die Gengar, die scheint auch ein Geheimnis zu haben und überhaupt ihre ganze Familie, also die Familie von Chara scheint ein Geheimnis zu haben. Auch ihre Großmutter scheint ein Geheimnis zu haben, denn die flippt ziemlich aus, als sie diese Gengar kennenlernt. Und plötzlich schimpft die mit der auf Navish, in der Sprache die Gengar spricht. Und dann geht es erst richtig los. Tja, dann treffen die ganzen auch noch auf, also es ging ja, auch noch auf Vampirjäger. Und es wird immer noch kuriose, bis dann eben Dariel noch dazukommt. Und ja, der ist dummerweise ein Vampirjäger. Tja, warum der diese Vampirjäger dann aber irgendwann auch noch mit den beiden Mädels in die Villa einzieht, warum die dem dann vertrauen, das müsst ihr dann schon im Buch, in dem Präludium lesen oder eben im Präludium Dariel. Denn das ist eben diese parallele Geschichte. Ihr könnt eben die Geschichte aus Chara's und aus Dariels Sichtweise lesen. Ich habe es jetzt erst mal aus Chara's Sicht gelesen und ich bin echt begeistert. Ich habe nämlich auch schon den zweiten Teil gelesen, der noch heftiger ist, noch fantastischer. Denn ja, der, der spielt nämlich nicht mehr in Paris, sondern der spielt in Navisur. Das ist, ja, eine Parallelwelt. Tja, die Welt, aus der Ginga stammt und offensichtlich eben auch aus der, ja, Chara's Familie ursprünglich stammt. Tja, ich bin echt wahnsinnig begeistert von der Geschichte. Zum einen ist es super cool und super gut geschrieben. Richtig schön flüssig und die ganzen Charaktere sind cool. sind absolut toll beschrieben und das steigert sich eigentlich auch noch immer weiter, ob das jetzt dieses Präludium ist oder eben dann der erste Teil, also der erste richtige Teil sozusagen, oder eben Präludium und dann der drauf folgende Teil. Weil, äh, 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 so schöne, äh, äh, ja, Welt. Die ganze Welt, die da erfunden wurde, äh, ist, ist schon, äh, äh, echt, echt, sehr gut gemacht. Also, äh, die Autorin Mary Cronos, äh, äh, hat es wahnsinnig gut gemacht. Äh, da gibt's auch, äh, 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 diese Welt zu erschaffen, ist es ja auch immer, immer interessant. Und was hier auch noch mit erschaffen wird, das ist so ein kleines bisschen Sprache, Kultur, was in Navisur eben benötigt wird, um so eine Welt greifbar, um so eine Welt wirklich werden zu lassen. Ja, man hat Früchte und Natur und Tiere und Pflanzen, die da erschaffen wurden aus dem Nichts und das ist schon immer gar nicht so einfach, das so real wirken zu lassen. Aber du kommst da an in der Welt überhaupt mal generell und fühlst dich gleich so richtig wohl und du kannst es richtig spülen und sehen und fühlen, schmecken regelrecht. Dementsprechend ist es sehr, sehr gut gemacht, diese Weltenschöpfung, die da Mary Kronos gemacht hat. Ja, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Und ich will jetzt auch mal, glaube ich, demnächst, wenn ich Zeit finde, das Ganze aus Dariels Sichtweise noch lesen, weil ich glaube, bis der nächste Teil aus Caras Sicht so erscheint, wird es vielleicht noch ein bisschen dauern. Ich hoffe nicht mehr so arg lange, aber ich glaube, da habe ich jetzt Zeit, dass ich eben das Präludium Dariel und dann den ersten oder beziehungsweise zweiten Teil aus Dariels Sicht noch lesen kann. Denn ich glaube, da gibt es noch, also so wie eben der zweite Teil aus Caras Sicht geendet hat, gibt es da noch ein großes Geheimnis, dass eben möglicherweise im zweiten Teil von Dariels Sicht schon gelüftet ist. Und eben die, die Ginga und Dariels, schon davon wissen, aber eben aus der Sicht von Cara hast du noch gar keine Ahnung von bestimmten Sachen und vielleicht umgekehrt. Ja, deswegen, ja, sehr, sehr cool und sehr interessant. Ich kann es absolut empfehlen, das mal zu lesen. Ich haue für beide Teile, also für das Präludium Cara und dann für diesen zweiten Teil von Cara, haue ich für beide mal 15 Punkte raus, weil mich die echt überzeugt haben und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weiter, ja, wie es in La Visur weitergeht. Und ja, das, ihr könnt sofort weiterlesen. Ja, ich hoffe, Merry Kronos, du beeilst dich mit dem Schreiben und haust bald die nächsten Teile raus. Würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.